Offenbar hat der von Erfahrungen mit Kolibri, 29, Spatzi, 27, oder Katzi, 28, erstmal genug von mehr als 50 Jahre jüngeren Ladis. Seine neue Zielgruppe seien Frauen um die 40, schreibt NTV. Der Millionär hat auch eine simple Erklärung warum. Das ist das, was am tiefsten ist, und verpasst sämtlichen Damen unter 30 eine schalende verbale Ohrfeige. Aber mit denen rede ich nicht, weil 28-Jährige sind für mich zu jung. So Lugner warum er auf Angebote von 28 Jahre alten Frauen gar nicht erst eingehe. Seine jüngste Beziehung mit Andrea vom Badesee, mit der Lugner beispielsweise einen romantischen Liebesurlaub in Paris verbrachte, TAG24 berichtete, soll inzwischen auch schon wieder vor dem Aus stehen. Dass es zwischen der 50-Jährigen, und ihm nicht zu mehr reiche, liege daran, dass sie erst einmal bei ihm zu Hause gewesen sei. Das Problem sei, dass sie ein Morgenmensch sei, und er eine Nachtäule, meinte der Unternehmer, dass wohl auch die verschiedenen Tagessrhythmen nicht zueinander gepasst hätten. Das Problem sei, dass sie eine Nachtäule, meinte der Köder, meinte der Unternehmer,